Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trading-Tipps. Heute mit der Deutschen Post. Die Post hat zum vierten Mal in diesem Jahr die Prognose angehoben für den Gewinn, hat auch bei der Vorlage der ausführlichen Quartalszahlen heute die Mittelfristziele einmal mehr angehoben und das kommt an der Börse gut an. Nach dem jüngsten Durchhänger, wir sehen es hier, von September bis Oktober ging es vom Rekordhoch bei etwa 61,38 Euro bis in den Bereich der 200-Tage-Linie bei etwa 52,53 Euro zurück. Doch nun zeigt der Weg wieder nach oben. Aktuell befinden wir uns bei 56,66 Euro, knapp 10 Prozent unter dem Rekordhoch und die Aussichten für die kommenden Wochen und Monate bei der Deutschen Post sind noch immer gut. So kommen jetzt mit dem Black Friday oder allgemein dem Weihnachtsgeschäft neue Kurstreiber, die dem operativen Geschäft weitere Impulse verleihen dürften. Zudem hat sich die Deutsche Post auch zum Onlinehandel geäußert, hat mitgeteilt, dass das Niveau der Pakete auf hohem Niveau bleibt, obwohl der stationäre Handel inzwischen wieder offen hat. Zudem spielt auch der florierende Welthandel dem Konzern in die Karten. Da werden auch mehr Pakete verschickt, dadurch dass eben die Wirtschaft weltweit wieder anzieht. Von daher rechnen wir damit, dass es schnell in Richtung des Rekordhochs gehen könnte, dass wir noch dieses Jahr ein neues Allzeithoch bei der Deutschen Post sehen. Und wer diesen zehnprozentigen Anstieg mit Hebel spielen will, kann dies wie gewohnt natürlich wieder mit einem Produkt unseres Partners Morgan Stanley tun. Wir sehen es hier eingeblendet, ein Faktor Long mit Faktor 3 hat aktuell einen Kurs von 30,21 Euro. Und geht unser Szenario auf, hat dieser Schein ein Potenzial von rund 30 Prozent. Absichern würde ich die Position dabei mit einem Stopp bei 25 Euro, um vor möglichen Rücksetzern abgesichert zu sein. Damit sollten Sie für heute einen spannenden Tipp erhalten haben. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, erfolgreiches Traden und hoffe, dass wir uns morgen wiedersehen, wenn es einen neuen Trading-Tipp gibt. Bis dahin.